Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu den aktuellen und täglichen Fußball-News heute mit den Themen Sergin Odestis ganz oben auf Bayerns Wunschzettel, der HSV mit peinlicher Trikotpanne, Corona auf Schalke, Leverkusen will einen deutschen Weltmeister haben und Rose will nun doch Thüram zum BVB holen. Wir beginnen mit Hamburgs Trikotpanne und da ist natürlich die Frage typisch HSV, diese Hamburger Trikotpanne ist kaum zu glauben. Es gab ja mal eine Zeit, da ist der Hamburger Sportverein von einem Fettnäpfchen ins nächste getreten, diese schien eigentlich vorbei zu sein, eigentlich. Denn nun ist es beim HSV offenbar zu einer unangenehmen Trikotpanne gekommen. Nach Informationen der BILD wurde das neue Auswärtshirt der Hanseher hatten, nämlich mit dem falschen Sponsor bedruckt, den nach Prank anstelle von Otto Mohl, das in den HSV seit einem Jahr sponsert Fly-Emu-Rates auf der Brust. Zur Ehrenrettung des Traditions-Clubs sei aber ganz wichtig erwähnt, dass der Fehler folglich offenbar bei einem Aussteller Adidas lag, denn im HSV wurden die Trikots genau so zugeschickt. Eine Schädelkorrektur des Fehlers ist erst nicht in Sicht, erst zum fünften Spieltag kann Adidas angeblich die aktuellen Trikotsätze nach Hamburg schicken, damit können sie die bislang auch nicht im Spiel tragen und die Fans können es auch noch nicht kaufen. Und nun von kleinem Witz zum etwas ernsterem Thema. Auf Schalke gibt es einen positiv getesteten Spieler und somit wurde auch das Training heute abgesagt. In der täglichen Schnelltestung wurde am Montag ein Spieler der Lizenzmannschaft positiv auf Covid-19 getestet. Das Resultat des PCR-Tests hingegen steht aktuell noch aus. Die berufene Person, deren Schnelltest gestern noch negativ ausgefallen war, begab sich umgehend in häusliche Isolation. Alle weiteren Schnelltests fielen negativ aus und das für den Nachmittag angesetzte Training wurde vorerst abgesagt. Die Austragung allerdings der Auftaktpartie in Liga 2 gegen Hamburg am Freitag ist aktuell auf jeden Fall nicht gefährdet. Zudem bittet Schalke auch darum, die Privatsphäre der betroffenen Personen vollständig zu respektieren. Auch das machen wir hier. Namen sind nicht bekannt. Es bringt ja auch nichts darüber zu spekulieren, wer es ist. Hauptsache gute Besserung. Für den halben Preis. Kabak vor England-Transfer. Bei Ostern-Kabak zeichnet sich für Schalke endlich eine Lösung ab. Wie Sport Italia berichtet, befindet sich Leicester City nämlich mit den Königsbaum in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich der Verpflichtung des 21-Jährigen. Von der 1 mit dem FC Liverpool, vor allem hat er eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Ja, ist der Preis, den die Foxes zahlen wollen, jedoch relativ wenig übrig geblieben. Bei 9,5 Millionen Euro liegt der Bericht zufolge das Angebot des englischen Meisters von 2016. Aber es ist auch wirklich gut möglich, dass der zweite Egeist nahezu gezwungen ist, das Angebot anzunehmen. Es ist immerhin ein gutes Millionensümpchen. Bleibt Lacroix nun doch beim VfL? Denn es gibt Funkstille im Poker zwischen Wolfsburg und Leipzig. Maxien, Lacroix würde ja gerne zu Leipzig wechseln. Denn aktuell herrscht jedoch weitgehend Funkstille zwischen den Sachsen- und Lacroix-Arbeitgeber Wolfsburg. Dessen Boss geht derweil auch vom Verbleib des Innenverteidigers aus. Mit zwei Offerten im Bereich der 20 Millionen Euro haben die Sachsen beim VfL bislang nämlich nicht mehr als ein müdes Lächeln hervorgerufen. Und somit wurde Jörg Schmadtke gefragt, ob der 21-Jährige trotz seines internen vorgetragenen Wechselwunschs also in Wolfsburg bleibt. Davon gehe ich aus, sagt Boss Schmadtke gegenüber dem Kicker. Mit Borno wurde ja bereits eigentlich auch Nachfolger verpflichtet. Danso meldet sich krank und Stefan Reuter ist als FCA-Verantwortlicher unglaublich enttäuscht. Die Wechselgeschichte um Kevin Danso vom FC Augsburg geht in die nächste Runde. Nach dem Trainer Markus Weinzierl vergangene Woche, er erst verkündete, dass ein Abgang des Innenverteidigers gar kein Thema sei, tat er das im Klub wenig später mit, dass er die Vorgangstädter unbedingt verlassen möchte. Danso möchte zum RC Lenz wechseln. Ja, die ganze Geschichte geht nun weiter. Stefan Reuter, der Sportdirektor, erzählte nämlich, wir haben für Samstag ein Training in Augsburg organisiert, aber Kevin hat sich krank gemeldet. Es ist eine Unsitte, dass Verträge für Vereine binden sind, aber wenn ein Spieler eine andere Idee hat, dann interessiert ihn sein Vertrag nicht mehr. Der 54-Jährige ist unglaublich enttäuscht vom Österreicher. Also mal wieder viel Hickhack bei Augsburg gefühlt. Jeden Sommer haben sie ein, zwei Personalien, wo es genau in diese Richtung geht. Schon durchaus auffällig, trotzdem hier natürlich rein rechtlich der Klub im Recht. Da haben wir ihn, den González-Erben beim VfB Stuttgart, denn sie bekommen ihren Wunschspieler Chris Führig. Der SC Paderborn erwies sich zwar als CR-Verhandlungspartner, noch der VfB Stuttgart hat Chris Führig nun doch verpflichten können. Der Flügelstürmer für die rechte Seite hält einen Vertrag bis 2025 und kommt wohl für rund 2,5 Millionen Euro vom Zweitligisten, die gerne 3 Millionen gehabt hätten. Paderborn hat ihn ja letztes Jahr vom Borussia Dortmund ausgeliehen und danach jetzt auch erst per Kaufhub zum Fessler Vertrag genommen. Und damit zahlt sich das für die zumindest finanziell aus. Haben kleines Plus mit dem Flügelstürmer gemacht, der sozusagen ein bisschen in die González-Rolle reinschlupfen soll. Natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber damit hat der VfB die Offensivlücke geschlossen. Und nun eine spannende Geschichte aus Frankreich, denn dort wird berichtet, dass Marco Rose trotz seines Versprechens Marcuse Thüram trotzdem aus Gladbach holen möchte und zwar zum BVB logischerweise als Sancho-Nachfolger. Denn wie die französische Zeitung El Kiepe berichtet, steht Marc Küstüram vom Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund ganz oben auf der Transferliste für diesen Sommer. Der Franzose soll Trainer Rose von der einen zur anderen Borussia folgen und dort Jadon Sancho, der ja zu United wechseln wird, ersetzen. Im Gespräch ist demnach eine Ablöse von mindestens 25 Millionen Euro. Damit wäre er aber auch deutlich günstiger noch einmal ungefähr 10 Millionen als Doniel Mahlen, der bislang vor allen Dingen auch gehandelt wurde. Die Chancen, dass Thüram Gladbach generell in diesem Sommer verlässt, die sind durchaus groß. Der 23-Jährige will den nächsten Schritt gehen. Ob es wirklich nach Dortmund geht, wäre durchaus zu überraschen, denn Marco Rose verkündete er relativ lautstark bei seinem Gladbacher Abschied. Nee, nee, ein Gladbacher nehme ich nicht mit. Mal gucken, ob er recht behält. Recht behalten muss auch Bayer, denn die haben Vor- und Verteidiger zu verpflichten und das müssen sie auch. Sie sind unter Druck. Die Frage ist, kommt nun aus Gladbach Matthias Ginter. Leverkusen hat kurz vor Saisonstab in einem Engpass im Abwehrzentrum zu kämpfen. Tabso Bar, ganz klarer Stammspieler, fällt bis Ende September verletzt aus. Tignett Bay steht vor einem Wechsel zur Lokomotiv Moskau. Blieben aktuell nur Jonathan Tarr und Leihrückkehrer Redsos. Bei Wunschkandidat Ayer geht Bayer wohl leer aus, denn Norweger wechselt wohl von Celtic zum FC Brentford. Stattdessen könnte nun der Fokus auf Matthias Ginter gerichtet werden. Laut Bild ist Nationalspieler intern ein ernstes Thema. 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse wären wohl nötig, um ihn loszueisen. Mit Gladbach konnte sich Ginter hingegen bislang noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen. In einem Jahr wäre jetzt eine Ablösefreiheit zu haben. Sprich, verlängern oder verkaufen. Aktuell wirkt so, dass Verkaufen realistischer ist. Dann zu Leverkusen sicherlich eine spannende Option. Eine spannende Option öffnet sich auch für Chris Richards. Er ist weiterhin TSG-Kandidat und somit ein möglicher Kandidat auch für einen Bayern-Abschied. Letztes Jahr war er ja bereits dorthin verliehen, zumindest in der Rückrunde. Und er ist nach wie vor ein Kandidat für ein weiteres oder längerfristiges Engagement bei der TSG Hoffenheim. Der Verteidiger, dessen Vertrag kann auch bis 2023 läuft, wird zwar vorerst noch beim Rekordmeister gebraucht, weil er in der Abwehr ein verletzungsbedingter Engpass herrscht. Allerdings, bis zum Ende des Ransel-Fensters bleibt noch Zeit. Je nachdem, wie man mit ihm plant, könnte dann auch eine Laie zu Hoffenheim durchaus realistisch sein. Bayern kontaktiert Sergi Nodest und generell besteht Interesse an einem Barca-Trio. Vom Rekordmeister. Der FC Bayern kurbelt die rechtzeitige Suche offenbar kräftig an. Wie die spanische Zeitung Sport mit Verweis auf den Radiosender RAC1 berichtet, hat der deutsche Meister Kontakt zum FC Barcelona aufgenommen, um die Verfügbarkeit von Sergi Nodest abzuklopfen. Bayern schiele dabei auf Barca's wirtschaftliche Probleme. Schließlich suchen ja die Katalanen Hendrik nach Abnehmern für diverse Spieler, damit die Vertragslängerung mit Lionel Messi realisiert werden kann. Nodest bislang eigentlich kein Kandidat dafür gewesen. Aber wenn man halt Geld hat, mit Lionel Messi zu halten, ist wohl jedes Mittel recht. Interessiert seien die Münchner aber auch an Sergi, Roberto und Emerson, die auch beide auf der rechten Abwehrseite agieren können. Fakt ist, der FC Bayern sucht seit geraumer Zeit Hendrik nach einem qualitativ hochwertigen rechten Verteidiger. Im zweiten Anlauf könnte nun Sergi Nodest der gesuchte Spieler sein. Und somit waren das die aktuellen Fußball-News aus Liga 1 und Liga 2. Eure Meinungen, gerne in die Kommentare. Morgen geht es weiter mit den News und auch mit dem 2. Liga Check. In dem Sinne, macht's gut, ciao und bleibt am Ball. In dem Sinne, macht's gut, ciao und bleibt am Ball.